Da ist eh zu. Okay, no entry. Oh, sind wir wieder böse. Ah ne, hier müssen wir hin. Ja, das ist ja klasse. Ich hab keine Sicherung, verdammt. Okay. Wo ist dieser verdammte Ausgang? Kommt man auch nicht raus, oder? Ähm, ja. Ja, ich soll zum sechsten Square, aber ich kann nur zum Henson Square. Das gibt alles irgendwie keinen Sinn. Mal durch ihn. Hä? Ich check das gar nicht so ganz. Henson Square. Bring zwei Sicherungen. Ja, nach Henson Square. Eine von uns ist in sechsten Avenue. Aber wie komm ich da hin? Muss ich ja vielleicht hier runter? Nee, ist auch zu. Hä? Leute? Muss ich vielleicht mit dem Ding hier fahren? Naja, wäre doch so schön gewesen. Äh, ja. Das ist irgendwie komisch. Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Da ist der Henson Square. Eine davon ist in sechsten Avenue. Wo ist denn diese sechsten Avenue? Ein bisschen überhaupt hergekommen? Ah, vielleicht muss ich in die Tür rein? Na klar. Möchte Schlüssel dabei? Oh, warte mal. Was? Ronald Street Key. The key with the tag Ronald Street. Ja, aber... Ich weiß nicht, wie die Ronald Street ist, verdammt. Ich brauche nochmal eine Karte. Ist da irgendwo eine Karte? Ja, nee. Doch, hier ist eine Karte. Ah, ja. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind hier Henson Square. Moment, 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 Moment. Erstmal suchen. Äh... Moment. Da. Henson Square. Toll. Die Karte bringt mir so rein gar nichts. Das ist super. Also... Warum muss ich hier hin? Hilft mir doch mal jemand. Verdammter Mist. Ein Tier? Was war jetzt hier? Achso, da war dann... Da mussten die Sicherung ja hin. Das klappt nicht. Ronald Street. Ich weiß nicht mehr, wo die Ronald Street ist. Achso, vielleicht hätten wir auch mal auf der Karte nach Ronald Street gucken können. Vielleicht gar nicht mal so blöd. Ronald Street. Halt, hier ist ja auch noch was. Ah, die Karte ist doch viel praktischer. Henson Square. Da oben ist die... Hä, wie soll ich denn hinkommen? Odin Level. Äh, tja. Park Lane. Da war ich doch schon überall. Westwood Gardens. Also wir sind hier nur in diesem Westwood Gardens gewesen. Ich komme da nicht mehr hin. Muss ich doch nochmal in die U-Bahn zurück? Ich will aber nicht. Ich kriege die da nicht nochmal rein. Da reinge ich nicht schon mal lang. Vergess das. Feathersholm. Achso, das ist die Stadt, wo wir mal sind. Henson Square Station. Da sind wir jetzt. Ronald Street. Aha. Aber was bringt mir der Ronald... Was bringt mir die Ronald Street? Kristen Road. Okay, wir gehen nochmal zurück, da wo wir eben waren. Das ist ja doch gar nicht so falsch gewesen, wo wir waren. Nur haben wir das nicht gecheckt, dass ich den Schlüssel dabei habe. Soll vorkommen. So. Ich hoffe, der Akku hält jetzt ein wenig länger. Was ist das denn jetzt? So. Ah, wartet mal. Ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee. Er hat eine Idee. So. Gibt ja eh nur einen Weg. Oder kann ich den hier vielleicht benutzen? Ne, kann ich nicht. Menno. Gut, dann müssen wir doch wieder hier rein. Ich habe gleich nicht gedacht, dass man jetzt hinter dieser Wand lang kann, aber... Dann gibt es hier noch ein paar mehr Wege. Gott, ist das verwirrend. Das ist nämlich die Preston Road. Und von der Preston Road konnte man ja irgendwie... in die Ronald Street. Aber wie? Wie geht der Scheiß? Hallöchen. Ist auch... Ist da irgendwo eine Tür oder so? Nix. Vielleicht doch da... Da muss ich irgendwie raus. Ich komme aus dem... Ja, ja. Ich muss den Bus aber auch nicht raus, ne? Wir sind jetzt... Ja, da ist die... Ich muss vielleicht doch nochmal in die Garten sein. Was? Was? Da stand was. No, ja, ich komme zurück, um meine Füße zu holen. Ich brauche auch noch einen. Moment, sag jetzt nicht, hier liegt eine. Nö, definitiv nicht. Wie soll das gehen? Hilf mir mal jemand. Hier bin ich wieder allein. Ach, Meno. Hier ist aber auch die blöde Säule im Weg. Das müssen wir doch irgendwie durch die Gardens, aber... Blöber. Ich weiß jetzt auch nicht, worum man da hin soll. Bisher brauchen wir noch nicht speichern, weil wir haben nix lukratives bisher gemacht, außer ein bisschen Munition gefunden. Das ist nicht wirklich besonders. Die ist lockt. War ja klar. Ja, ich will da nicht hin. Das sind die drei Riesendingers. Wenn, die stehen jetzt alle vor der Tür? Nee. Die stehen hier gar nicht. Door won't budge. Das war ja zu erwarten. Mit Schlüssel? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. News. Ah, war ja klar. So. Wo sind die Dinger? Oh! Oh! Leute, erschreckt mich da nicht so. Ist aber auch keine Tür. Oh! Ist auch keine Tür. Ich geh da rein, ich geh da rein, ich geh da rein. Oh, je, je, je. Vielleicht hätten wir doch mal die andere Tür noch zu stellen sollen. Oh, Mann. So. Wo sind wir jetzt? Sind wir in der Westwood Gardens. Wer ist auch noch irgendwo ein Zugang zu der Roland Street? Oh Gott, ist das verwirrend. Ach, verdammt. Die blöden Ausgänge. Ich kann ruhig mal ein Stück sprinten. Bisschen fett verbrennen. So. Ah, ja. Hier ist ja noch ein Ausgang, ne? Oh Gott, oh Gott. Wohin? So, gucken wir hier nochmal drauf. Jetzt sind wir am Parkway. Ich komme dann in den Gustav Park. Das bringt alles gar nichts. Also ich muss erstmal irgendwie die Roland Street. Da waren wir eben. Wir hätten da rausgemusst. Aber das ging ja nicht. Hier sind wir raus. Ne, hier ist dieser komische... Ja, jetzt verstehe ich das. Okay. Okay, 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 okay. Jetzt check ich das langsam. Schon... Also hier sind wir gerade durch. Dann sind hier diese komischen Viecher. Wir sind dann hier reingerannt und sind da in den Park rein. Also müssen wir irgendwie da rüberkommen. Aber wie soll das gehen? Also hier zurück bringt nichts. Wir müssen also wirklich irgendwie an den Viechern vorbei. Aber wo war da ein Weg? Ich habe da tatsächlich nichts gesehen. Ich muss noch dringend die andere Tür aufsperren. Das macht die Sache für uns einfach. Definitiv. So, ich hoffe, wir überleben das jetzt. Wenn wir hier rausgehen. Panik, Panik, Panik. Panik, Panik, Panik. Was heu, ich kann nicht super lange rennen, Mensch. Hier komme ich nicht raus. Wow, wow, wow. Wow, 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 gehen wir lang. Lass mich drüber. Ich will rennen. Danke. Gott, ist der ja langsam, wenn der hier nicht rennen kann. Okay, das ist... Ist versperrt. Der Weg ist versperrt. Ja, allerdings. Die Schaufel. Was bringt mir die Schaufel? Will die Schaufel nicht. So, jetzt haben wir erstmal die Wege frei. Was will ich mit der Schaufel? Ich weiß nicht, was die mir bringt. Wow, lass ab mir das noch ein, dass der eine kommt. Und... Das ist ja auch nochmal ein Weg. Das bringt mir alles so rein gar nichts. Ich verstehe es gerade nicht. Wo müssen wir langen? Wir haben hier eine Schaufel. Müssen wir doch irgendwo ein Loch graben können. Wow, hallöchen. Ähm... Jaja, Trampe, Trampe. Hä? Ich verstehe das nicht. Wohin? Da müssen wir eigentlich hin. Das geht nochmal nicht. Die Tür da hat die ist versperrt. Die ist blockt. Natürlich. Was ist auch sonst? Ist ja nicht irgendwas blockt hier. Da ist ein Licht. Müssen wir hier vielleicht irgendwo buddeln? Ich habe ja schon mal gedacht, aber hier ist ja nichts zum buddeln. Ist ja irgendwo so ein Loch angedeutet. Doch da! Okay, wir müssen vielleicht auch den... Ah ja, verstehe. Dann ist hier doch irgendwo noch der Schlüssel. Okay, pass auf. Wir legen schnell... ...drop den Schauf mit. Dann verschwinden wir nochmal. Oh, oh. Ah, jetzt haben wir so mal ein Grüppchen. Och, nö. Warum muss der eine wieder abgehen? Mann, ey. Bleib doch mal zusammen mit dem, ich ein Viecher. So, und dann können wir nämlich den Trick anwenden mit den Türen. Ah, der eine bleibt auch stehen. Na, danke. Es war rot. Hallo? Es war rot? Dass etwas passieren kann? Was macht ihr da überhaupt? Ich verstehe eure Bewegungen nicht. Die rennen hier im Kreis. Wir führen die nochmal zusammen hier. Hey, du. Unterhalte dich jetzt, oder wie hieß das? Guck mal, der hat sich festgepackt. Oh, oh. Seid ihr blöd? Oh, oh. Oh, der andere bewegt sich doch wieder. Ach. Ich muss nur buddeln. Wir müssen jetzt alles zusammenführen und irgendwie durch die Tür durch. Ich finde, zwei funktionieren wenigstens. Das ist gut. Zwei folgen mir. Macht ihr mal fein. Meine Güte, seid ihr hässlich. Ja, ihr geht aber beide hier durch, ja? Okay, der andere kommt auch. Gut. Ja, kommt, kommt. Wow, wow, wow. Keine Fotos. Und ich gehe raus. Hi, 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 hi. Gott, sieh dir leicht zu verwirren. So, okay. Wo war die andere Tür? Ah, die müsste dann irgendwo da sein. Da. Ha. Gefunden. Yay, es klappt. So, ich hoffe, der andere bewegt sich jetzt nicht. Du bleibst da schön. Okay, der ist weg. Wo weg? Weit weg. Komm, komm, komm. Da muss jetzt die Sicherung drin liegen. Verdammter Mist. Das war aber keine Sicherung. Das war auch schön, aber nicht das, was ich will. Ja, ja, bla, bla. Bringt hier nichts, es bringt hier nichts. Hä? Leute, Hilfe. Was soll ich tun? Ist der dritte hier noch irgendwo? Oder kann ich jetzt in Ruhe mal gucken, ob ich hier nicht buddeln kann? Ja, hier kann ich in Ruhe gucken, ob ich buddeln kann. Nein, kann ich nicht. Das ist ja super lecker. Oh, hier sind noch drei Stellen. Oh. Gut, der haut ab. Nein, der haut nicht ab. Verdammter Mist. Jetzt sind sie alle dort. Ich will die nicht dort. Ich will die woanders. Oh Gott. Ist so verwirrend. Und nochmal raus. Oh, meine Güte. Was? Also, okay. Und ein bisschen Laub. Okay, wir haben ein Magazin gefunden. Das ist zwar wunderschön, aber jetzt gerade nicht wirklich hilfreich. Ich bräuchte eher sowas wie eine Sicherung. Wie wär's denn? Hier ist auch nicht nur so ein Loch, oder? Nein. Ist wirklich nur eins. Hallo? Was ist das? Und ansonsten ist hier nix. Auf dieser Ebene ist also nischt mehr. Ich guck nochmal ganz sicher durch. Ne, hier ist definitiv nix weiter. Ja, das ist klasse, dass du jetzt nicht mehr hier rennst. Aber ich brauche die anderen beiden da hinten. Die sind falsch. Ihr seid falsch. Kommt mal her halt. Penner. Das ist so super. Ich will die aber auch nicht töten. Das funktioniert doch eh nicht mit dem Töten. Oh, holen wir die beiden da erstmal raus. Ach ja. Okay, gut. Ach, meine Güte. Und ich hoffe, dass da jetzt irgendwo was Passendes liegt, ja? Also irgendwie eine Sicherung oder irgendwas Praktisches. So. Verpack dich nicht, ne? Müsst ja mitkommen. So, der andere, der steht da noch. Friedlich. Okay, die müssen wir ein bisschen runterlocken und dann... Okay, der dritte kommt jetzt nicht. Dann fängt der im Ast fest. Och, das kann jetzt nicht wahr sein. Warum muss der eine jetzt schon wieder abtreten? Arrg. So, die andere Tür, andere Tür, andere Tür, andere Tür, andere Tür. Meine Güte. Oh, weh, da ist jetzt nix Praktisches drin. So. Jetzt haben wir genug Zeit auf jeden Fall. Nicht backen. Wo ist das erstes Loch? Da ist das erstes Loch. Bulle. Ich finde was Gutes. Das ist zwar gut, aber nicht das, was ich suche. Da. Such was. Ja, danke schön, aber das ist nicht richtig. Was ist das? Das ist doch nicht das, was ich suche. Hallo. Toll. Toll. Was nützt mir das? Warum hab ich jetzt die Schaufel mitgenommen? Ach ja, nervt doch nicht. Ich hab jetzt wirklich alles durchsucht. Was soll ich hier tun? Ich check's nicht. Durch die Türen vielleicht? Gibt es da irgendwo ne Tür? Die ich aufmachen kann? Da war ein Batsch. Okay, da kann ich als mit Schlüssel nix anfangen. Da war ein Batsch. Hä? Was in der fucking hell? Ja, ja. Halt die Klappe. Pff. Und hier auf dieser komischen beleuchteten Stelle ist ja auch nix. Da ist nix. Ist das nicht nochmal ne Buddelstelle? Hier ist nix mehr. Also, ich versteh grad nicht, was ich hier machen soll. Suche die sechsten Square. Ich bin doch auf dem direkten Weg dorthin. Da stehen hier so ein paar blöde Autos rum, weil die alle nicht parken können. Da kann ich ja nix für. Warum muss ich da jetzt so unterleiden? Hier war ja auch nix weiter. Da kann ich auch nicht durch. Da ist auch kein Schacht oder irgendwas. Stimmt, ein Schacht kann ich mal gucken. Da ist auch nirgendwo... Das ist alles nicht schachtförmig. Okay, die sind jetzt alle irgendwie festgepackt. Das ist gut. Okay.